hallo ich bin steve und ich betreibe gemeinsam mit julian diesen kanal vielen dank erstmal dass du darüber nachdenkst auf unserem kanal mitglied zu werden und dadurch dich so tief hervorgearbeitet hast denke ich mal dass du unseren kanal bereits abonniert hast deshalb will ich dafür gar nicht großartig werbung machen und möchte dir die vorteile einer kanal mitgliedschaft näher bringen warum eine kanal mitgliedschaft natürlich ist eine kanal mitgliedschaft rein optional du kannst auch ohne mitgliedschaft und ohne extra kosten unseren kanal genießen aber eine kanal mitgliedschaft oder der hauptgrund dahinter ist natürlich dass du es ermöglichst dass wir uns am ende des monats ein paar scheiben kneckebrot leisten können und uns so ein bisschen durchbeißen dass auf diesem kanal weiterhin interessante spannende videos erscheinen aber auch kritische berichte nichtsdestotrotz wirst du mit einer kanal mitgliedschaft aber auch mitglied einer kleinen community innerhalb der kleinen community der elektromobilität und in dieser kleinen community werden wir dich sicherlich auch mal als versuchskaninchen für neue themen ausprobieren wir werden aber auch gerne mit dir live interagieren und speziell für kanalmitglieder live streams machen wir haben zudem auch für kanalmitglieder einen extra discord chat eingerichtet und werden hier auch in austausch treten mit unseren kanal mitgliedern du kannst du uns zum beispiel feedback oder themen ideen mitteilen du kannst mit uns gemeinsam neue videos ausarbeiten und an bestehenden videos weiter arbeiten kannst aber auch einfach nur mal mit uns quatschen und abhängen und abschweifen wenn du also uns unterstützen möchtest und dabei kanalmitglied werden möchtest dann bediene dich gerne unten an den verschiedenen abstufungen wir julian und ich bedanken uns recht herzlich bei dir und wünschen dir viel spaß bei uns auf dem kanal das ist eine sehr schöne die die Untertitelung des ZDF, 2020